Kamele gehören zur Familie der Kamele, Kamelider, und es gibt zwei Arten, das Dromedar und das Wüstenschiff, auch bekannt als Kamel. Sie sind an die Wüstenbedingungen angepasst und haben Fähigkeiten wie wasserspeichernde Fettpolster und Augenlider, die sich schließen können um Sand abzuhalten. Kamele können große Entfernungen ohne Wasser zurücklegen und haben ein sehr effizientes Wasseraufnahmesystem. Sie sind Allesfresser und ernähren sich von Gras, Kräutern und Sträuchern. Sie sind in den Wüsten und Halbwüsten in Afrika und Asien verbreitet.